Mine Mine 593, tanzt mit mir kartoffelfrei. Hex, Hex! Ich bin Bibi, die Bibi Blocksberg. Ja, ich weiß genau, was ich will. Will eure Freundin, will nichts versäumen. Sagt, was ich denke, bin ich still. Ich bin Bibi, die kleine Hexe. Und ich zeig euch, was ich kann. Will für euch hexen, will mit euch träumen. Da hab ich super Spaß daran. Bernhard, gerad mich gleich in Wut. Ach, doch wahr. Bernhard, wir meinen's doch nur gut. Ja, doch wahr. Wir hexen dir was Schönes à la carte. Ein leckeres Frühstück nach Hexenart. Ja, also leckeres Frühstück ist eigentlich eine gute Idee. Aber bitte ohne Hexerei. Wie wär's zum Beispiel mit Kaffee und Butterhörnchen? Bibi, du bist spät dran. Mal wieder zu lange geschlafen? Nö, zu lange gefrühstückt. Da gilt, früher aufstehen. Ja. So, kommen wir jetzt zum Mathematikunterricht. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als, Bibi, zu hecken und auf Kartoffeln reinzufliegen. Boah, Apelakik. Stimmt es, dass aufs Neustadt keiner mehr das Schloss besuchen kann? Und nur reiche Leute ohne Kinder Geld dafür bezahlen, danke. Heißt, dass diese Sehenswürdigkeit wird abgeschafft? Vertat. Ich sag's, ihr Bürgermeisterchef, das wird doch ein Skandal. Das schöne Schloss wird umgebaut, das lässt sie und geniert. Das ist ja ein Knüller, ein richtiger Brüller, ein Vorsitzend Hütter. Wenn das die Bürger lesen, mal sehen, was dann passiert. Ich verbiete ihre Portage, das ist ja nicht zu fassen. Die brennt mich noch in Rage, ich glaub, sie sollten's lassen. Beruhigen sie sich doch, ich denke nicht daran. Den Artikel werd ich schreiben, das lassen sie schön bleiben. Sie sollten sich nicht streiten, ich bin gespannt. Da bleib ich stur, das sehe ich jetzt durch, so gut ich kann. Da ist doch dieses Denkmal von der alten Hexenkönigin Coronaria. Tja, dass er im Rosengarten vor sich hingammelt. Wir verhexen das Denkmal einfach und erschrecken den Bürgermeister damit. Und er traut sich nie mehr nach Schloss Klunkerburg. Schubiabanzhaar, Babyblocksberg, das Denkmal ist tabu. Oh, wieso? Und der Bürgermeister gewinnt damit mit seiner Krügelei. Nein. Koronaria ist versteinert und sie bleibt, wo sie ist. Zu riskant ist euer Plan. Mann, oh Mann, was für ein Mist. Ja, hört uns denn hier, hört uns denn hier keiner richtig an. Und du, liebe Barbara, du solltest mehr drauf sehen, die Tradition zu wahren, als Vorbild dazustehen. Wir müssen ganz schnell weg hier. Unendlich lange Zeit stand ich auf diesem Fleck. Ach, wir müssen, ach du Schreck, von diesem Ort hier weg. Endlich frei. Weg hier, nur weg hier. Endlich frei. Wir müssen ganz schnell weg hier. Zu lang auf Stein gehauen, war ich auf diesem Fleck. Wir müssen, ach du Schreck, von diesem Ort, ganz schnell weg. Hey! Was haben wir getan? Na, was wohl? Waren wir nicht ganz gescheit? Doch, doch. Den haben wir da befreit? Na, mich? Was dachten wir uns anders mit unserem Plan? Wie, Herr, was machen wir denn jetzt? In diesem charmanten Schafelow Sag uns doch, sag los, wie heißt der? Ach, der heißt Herr Bürgermeister. Kruse, Pippe, wir sind schrecklich. Lappershopper, komm, entschränk dich. Hört gut zu und gib gut acht. Die Gespenster sind erwacht. Und zeigen wir nicht anderswo. Die Gespenster drüber schon. U und U, das A und O. Das ist die Gespenster-Show. In Farbe und in Stereo. Die Gespenster-Show. 1, 2, 3, kommt alle herbei. 4, 5, 6, wer hat hier gehetzt? Alle können sich freuen, wenn das war. 1, 2, 3, alles fetzt bereit. Wieder mal alles fetzt bereit. 1, 2, 3, alles fetzt bereit. 2, 3, alles fetzt bereit. craig. 2, 3, alles fetzt bereit. 1, 2, 3, alles fetzt bereit. better want. affordable sheen. 4, 3, 2, 5, 6, 7,2, 5, 6, 7,8, 11, 12,0. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, Serge. 5, 7, 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12,0. Bis zum nächsten Mal.